Ihre letzte Stromrechnung war wieder einmal zu hoch? Dann ist es Zeit, aktiv zu werden. Diese Steckdose macht heimlichen Stromfressern den Garaus. Und das ganz einfach mit ihrer ganz normalen Fernbedienung. Denn wenn Geräte wie Fernseher, DVD-Player oder Stereoanlage im Standby laufen, verbrauchen sie unnötig viel Energie. Dem machen sie ein Ende, indem sie die Steckdose zwischen die Stromversorgung und das Gerät schließen. Damit Sie Ihre TV-Fernbedienung zur Steuerung der Steckdose nutzen können, kleben Sie den mitgelieferten Infrarot-Empfänger an einer geeigneten Stelle fest. Zielen Sie mit Ihrer Fernbedienung darauf und drücken Sie die Power-Taste, bis der Empfänger nicht mehr blinkt. Jetzt können Sie das Gerät, das an der Steckdose hängt, einfach mit Ihrer Fernbedienung ein- und ausschalten. Wenn Sie eine Steckdosenleiste nutzen, funktioniert das sogar mit mehreren Geräten gleichzeitig. Und wenn Sie einmal die Fernbedienung wechseln wollen, kein Problem. Dann setzen Sie die Steckdose einfach auf Neustart und so wird die Werkseinstellung einfach neu gestartet und Sie können die Fernbedienung neu programmieren auf Ihre Steckdose. Einfacher und komfortabler können Sie nicht Strom sparen. Damit ist es möglich.